Tammy Slayton zeigt stolz ihre Gewichtsabnahme von rund 230 Kilogramm. Die Pfundsschwestern-Persönlichkeit lässt sich von negativen Kommentaren im Netz nicht beirren. In den sozialen Medien dokumentiert sie ihre beeindruckende Transformation. Kritikern, die ihre zahlreichen Fotos beanstanden, antwortet sie gelassen. Sie erklärt in einem Instagram-Video, dass die Bilder sie an ihre frühere Schwere erinnern sollen. Die letzten Jahre waren für Tammy alles andere als leicht. Während ihres Abnehmprozesses griff sie statt zum Essen oft zum Alkohol, was ihr erheblich schadete. Trotz Rückschläge bleibt sie entschlossen, ihren gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Sie betont, dass es keine Deed, sondern eine echte Lebensstiländerung ist. Der Kampf gegen ihre inneren Dämonen dauert an, aber sie gibt nicht auf. Auch in der Liebe scheint es bei Tammy richtig gut zu laufen. Nachdem sie ein Foto mit dem TikTok-Star Hayley Mitchell postete, kam es zu Spekulationen über eine Beziehung. Tammy bestätigte jedoch, dass sie eine feste Freundin namens Andrea hat. Hayley sei lediglich eine gute Freundin und weitere Details möchte sie erst einmal geheim halten.